Und damit herzlich willkommen zurück zu The Novelist, genau. Ja, wir sind wieder einmal in der Zwischenwelt und diesmal haben wir uns dafür entschieden, dass wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir einen Telefonanruf machen, weil es um eine Beerdigung geht. Und als Kompromiss werden wir machen, dass der Dan ein wenig arbeitet. Ja, und Tommy geht leider diesmal ein bisschen leer aus, aber man kann halt nicht immer alles haben. Aber bevor wir hier weitermachen, schauen wir natürlich, was es mit dem, wie ist der, Harold? Ja, Harold Baxter auf sich hat, der ja bei dem letzten Eintracht gesagt hat, er hätte eine Lösung für sein Problem, er kauft das Haus einfach selber. Also, Harold Baxter, 22. Januar, der letzte Eintracht, bevor ich abfahre. Die Bank wird mich wahrscheinlich, also ziemlich sicher davon abhalten, dieses Haus zu kaufen, äh, weil ich, äh, Konflikt of Interest, ja, weil ich einfach ein Problem habe mit den, ähm, Zinsen. Ähm, aber, die, äh, wenn man sich die Vergangenheit der letzten Ownership Changes, mein Gott, der letzten Benutzer-Besitzer-Wechsel anschaut, fühle ich mich sehr zuversichtlich, dass ich nicht ganz so viel bezahlen muss. Ja, dass ich nicht ganz so viel bezahlen muss, weil die das Haus halt verkaufen wollen. Ähm, ich denke, ich kann wohl ein Trust aufsetzen oder vielleicht eine, äh, ob er jetzt eine Shell Company, ist das so eine Pseudo-Gesellschaft? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, also so eine Briefkastenfirma. Ja, und Mr. Lorry davon überzeugen, dass wir, äh, dass er sich halt davon, also von diesem Gebäude verabschieden muss, für weniger als der Markt wird. Ich denke, ich kann an seine konservative Natur appellieren. Ähm, ähm, Tobiashu. Äh, ich denke, es wird zeigen, dass es eine schlechte Investition für ein, äh, für ein Mietobjekt wäre. Und ich denke, ich hab verstanden, warum, äh, Leute nicht länger hierbleiben. Ich denke, also ich bin, ich sehe selber, dass ich, um, dass es mir unmöglich ist zu beschreiben, also dieses Gefühl genau zu beschreiben. Äh, aber ich habe, während ich hier war, gesehen, dass mein Gehirn, also mein, meine Gedanken immer komische Wege gegangen sind. Als wären es nicht meine eigenen. Aber die natürliche Schönheit ist wirklich un-, unverleugnbar? Äh, äh, vielleicht kürzere, äh, kürzere Besuche wären wesentlich, äh, klüger, das hier zu machen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Also, dass es ein Mietobjekt sein sollte, so. Ich denke, jetzt, ich hab das, glaube ich, gerade falsch genommen übersetzt. Ein kleiner Hüsterli, und weiter geht's. Okay. Das Sound hat hier bisher immer was zu bedeuten gehabt. Aber diesmal... Ich glaube, es soll nur unterstreichen, wie, wie weit ab man vom Schuss hier ist. Also, gut, da war ich schon, ne? Ich hoffe, ich bewege die Maus nicht zu schnell. So, manchmal, manchmal springt die so ein bisschen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Oh, hier ist das Kapitel, was er noch anschauen will. Ich will aber erst alle Räume einmal schauen, ob wir noch ein bisschen was über den Herald herausfinden können. Na... Ja, es tut mir leid, Junge. Er sagt, er wird sein Flugzeug-Shirt anziehen. Ja, ich glaube, diesmal war es dieses Einzige. Also, nur ein einziges Notebook. Ja. Ich muss erst noch deinen Kompromiss finden. Warte kurz. Aber du schläfst ja eh. Ach, guck mal. Ah, okay. Ich find's sehr cool. Ich glaube, alle Ideen, die wir bisher gefunden haben, finden sich irgendwo in der Spielewelt wieder. Wir haben ja unten im Wohnzimmer war ja das Bild von der Burg, von der Bettenburg. Und ja, hier das Spiel. Ich glaube, dass das das Spiel wohl ist. Ich bin mir da nicht sicher. Ich habe Racing Roger tatsächlich noch nicht gespielt. Einzige Alliterationsspiel, was ich da gespielt habe, war Looking Louie. Aber das ist was ganz anderes, glaube ich. Naja. Die liegen auch jedes Mal gleich zum Schlafen. Aber ich find... Also nebenbei, ich würde irgendwie organisieren... Also der Raum ist so ein bisschen schwierig. Aber ich würde versuchen, dass man, wenn man im Bett liegt, nach draußen schauen kann. Aber... Ist ein bisschen schwierig, das hier zu machen. Es sei denn, man macht das Bett halt genau anders. Ich lasse mich schon wieder von Architektur ablenken. Dan couldn't bear the thought of Linda going to the funeral alone. So we bought a ticket and flew to Danville with her. The funeral was hard for Linda, but having Dan there made it easier to bear. They stayed up late the night of the funeral, as Linda told Dan a story about Grandma Jo, and they talked about maybe being parents, or grandparents, themself. Dan talked Paul into a compromise. He would work on the car chapter and send it to Paul as soon as he could. Then Paul would try to talk to Bracket into including a server. It wouldn't have the same impact as personal appearance, but would still build some awareness. Ja klar, da kannst du ja nicht hingehen. When Dan told Tommy they wouldn't be able to go to the show, Tommy had a crying fit and tried to tear up the magazine. It worried his parents, he hadn't thrown a fit like that in almost a year. It was exactly the kind of thing they hoped to avoid spending the summer in a quiet, peaceful place. Dan sent a work in progress to his agent, who was glad to see that Dan had gotten back on the track. They were both hopeful that Dan could maintain his focus and write a book that delivered on the promise of this work so far. The next day, Dan made a good promise to take Tommy into the woods and look for arrowheads. So they drove to the site of the Sears Love Settlement and got to work. Dan and Tommy had fun digging around in the dirt, getting messy and looking for artifacts. They found a handful of arrowheads and Tommy showed it to his mother. A few minutes later, Dan and Linda got a babysitter and drove into town for a date. They spent more than they should have on the bottle of wine and had such a good time that they didn't notice everyone else leaving. When I finally realized they were the last ones in the restaurant, they apologized and left after giving their waitress a generous tip. They still had two more months on the coast and the story was just beginning. The Inheritance, Das Erbe, Dan got a letter with some surprising news. Noooon! Das ist frech. Irgendjemand hat ein paar Lichter im Haus ausgemacht. Lichter, die ausgemacht wurden, können nicht benutzt werden. Besetzt werden. Find ich nicht gut. Das Spiel wird schwerer. Okay. Also, den extrem schnellen Text ein bisschen zusammengefasst. Also wir sind mit Linda zusammen zur Beerdigung gefahren. Ich habe vorher irgendwann mal aus Versehen oder falsch vermutet, dass sie schon da gewesen sind, aber wahnsinnig. Deswegen sind sie da jetzt zusammen hingefahren und er konnte nicht zur Lesung hin. Als Kompromiss hatten wir ja gewählt, dass er dann was schreibt und ja, er hatte diesem Paul dann Bescheid gegeben und gesagt, er kann es nicht schaffen. Und deswegen kam dann in der Lesung von jemand anderem vorgelesen, soweit ich das gesehen habe oder jetzt verstanden habe, ein paar Auszüge von dem neuen Buch. Ja, und Tommy ist da leider auf der Strecke geblieben, aber ich sag mal so, er hatte die Tage, also die beiden Tage und was davor. Schwierig, das aufeinander aufzuheben, weil Kinder vergessen sowas halt nicht. Oder die vergessen die guten Momente und behalten die schlechten Momente. Aber naja, dann kam halt die Zusammenfassung und so wie es für mich aussieht, haben wir die Ehe so ein bisschen wieder in die richtige Ecke gedrängt. Also die waren zusammen in einem Restaurant und haben so viel Spaß gehabt und so einen schönen Tag gehabt, dass sie verpasst haben zu sehen, dass sie die letzten Gäste waren. Das ist natürlich nicht schlecht, ja und das mit dem Schreiben geht weiter voran. Ja und Tommy hat seinen Kollegen, der ist ja jetzt noch nicht unbedingt von allzu großen Problemen gebeutelt, wie die Eltern jetzt natürlich. Und hier, das meinte ich übrigens, das schöne Bild. Und ja, nach dem Ganzen, also ich finde es ein bisschen schade, dass der Text so schnell ist. Ich wollte noch mal gucken, kann ich das hier? Reading Voice Over. Okay, nur das ist okay. Nur, Maus Sensitivity. Ne, ich sehe jetzt leider nicht. Ich mache das mal kurz, jeweils ein leiser. Äh, ich sehe leider nicht, wo man das jetzt machen kann. Also, im Sinne von, oh. Äh, was tust du denn hier? Äh, ja hier, das wollte ich noch lesen. Wir machen noch weiter. Sei es, äh, es ist egal, ob dein, äh, Kind, ja, Art & Crafts, also Kunst, Handwerk mag, Schwimmen, Sport oder Recreation, also Ruhe, singen oder erkunden, die haben auf jeden Fall richtig Spaß auf dem Camp Emerald Lake. Wir wissen genau, ja, wir wissen, dass jede Familie seine, äh, die einzigartigen Bedürfnisse hat und wir versuchen so flexibel wie möglich zu sein. Täglich, wöchentlich oder, also tägliche, wöchentliche oder monatliche Pakete sind, äh, verfügbar sowohl als, äh, Schlaf, Schlaf-Over, ja, Schlaf-Über, also mit Übernachtung oder mit Aufnahmeoptionen, Aufnahme, ja, Pick-Up. Dass sie das Kind abholen können. Unsere Wärter, Lifeguards, ähm, unsere Menschen sind vollkommen, zert, also durchzertifiziert und jeder Mitarbeiter ist trainiert, in the cutting edge, cardiopulmonary, risk-assive, okay, jeder, ja, kann diese Cardio pulmonare, äh, pulmonale Wiederbelebungsmethoden, Unser Ziel ist Spaß, aber unsere Priorität ist Sicherheit. Die Broschüre, die, äh, hier dabei liegt, äh, enthält Informationen über all die wunderbaren, äh, Möglichkeiten bei Camp Emerald Lake. Wir sind sicher, dass wir etwas finden werden und wir hoffen, dass ihr, dass wir ihr Kind bald sehen können. Okay. Die denken also darüber nach, unseren guten Tommy Richtung Camp abzuschieben. Nein. Die sagten, da wird Schwimmen sein. Also, die sagten, man könne da schwimmen. So. Ja. Ja. Ich habe schon mit dem Spiel gespielt. Was ist mit deiner Rakete? Ich habe damit schon gespielt. Ja. Das typische Kindsgehabe, ne? Jedes Spielzeug ist genau einmal gut. Es wäre denn, es ist unfassbar gut, dann ist es öfter gut. Lauf ich gerade falsch? Nein, es wird lauter. Ja. Schon wieder das Bild. Ist dieses Bild so eine Art, ähm, ja, es ist Fortschrittsbalken, sag ich mal. Das, wenn sich das Bild irgendwann ändert, wir wissen, dass wir in der Art gut gelaufen sind. Sobald es eröffentlicht ist. Dan, ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe die Adresse von deinem Vater. Ich hoffe, es ist korrekt. Ich komme direkt zur Sache. Wenn dein, aber als sein Cousin Richard letztes Jahr gestorben ist, haben wir herausgefunden, dass sein Rohrgeschäft sehr gut ging. Er war nicht sehr wohlhabend, aber wohlhabend genug. Bei der Ausführung seines letzten Wildes haben wir, waren wir etwas überrascht herauszufinden, dass er gewusst, äh, dass er wollte, dass sein, äh, dass sein Estate, also sein Besitz aufgeteilt wird auf alle lebenden Blutsverwandten. Äh, er hat den Löwenanteil natürlich für seine direkte Familie reserviert, äh, wie ich denke, dass das auch verstehen wird, aber da war ein kleiner Teil auch für dich. Ja, insgesamt, äh, ich habe den Scheck beigelegt. Ich hoffe, du wirst seine, seine Erinnerungen damit würdigen, dass er das zu einem guten Zweck benutzen wird. Oh, ja. Wir sehen. Naya. Ah, da ist Grandma Joel. Ich habe noch mehr Zeit, aber ich habe noch nicht gedacht, es wäre so isoliert. Ich habe mehr Leute mit dem, und neue Ideen zu haben. Ich bin froh, in der Woche zu Hause, aber ich habe eine Artist-Koop-Koop, und es sieht sehr interessant aus. Es ist nicht zu groß, aber es gibt viele verschiedene Artists. Ich werde wahrscheinlich kommen und versuchen zu finden mehr Details. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber ich habe mich über die Artist-Koop zurückgekehrt. Im Moment. Naja, genug über mich. Sag mir, was mit dir passiert. Liebe, Linda. Ja, die Linda bekommt zum langsamen Lagerkoller. Also, ja, erstmal natürlich Ann ist, glaube ich, ihre Schwester. Und, äh, ihre Mutter hat was über einen Rhyme gesagt. Und das möchte ihr auf jeden Fall herausfinden, wer jetzt dieser Rhyme denn ist. Und, ja, im weiteren Text heißt es dann, dass sie ein bisschen komisch findet, dass es so... so isoliert ist, dass man halt alleine immer nur arbeitet und sie deswegen so froh war, dass sie im Dorf halt eine Zusammenarbeitsstelle gefunden hat, also dieses Makeshift Co-op Artistry nach dem Motto, ja, also die treffen sich wahrscheinlich dann zusammen, um ja, ein bisschen Kunst zu machen und ja und sie überlegt halt, Painting wieder als Fulltime-Job anzugehen Ah, so Awesome Okay, ich hab mich vertan, es sind nicht Rohren, es sind Pfeifen, mit denen er das Geld vertan hat, das ist das Problem, wenn man ohne Kontext Wörter übersetzen will Also, der Rick hat, ähm, ja Pfeifen verkauft und, äh, ja unser Dan weiß nicht genau, warum er das Geld bekommen hat Ja, auf jeden Fall hat er dann gesagt, ja weiß nicht genau, ob er jetzt weiter sein Buch schreiben soll weil es wird ja noch nicht und, ähm, ja, weiß ich nicht Waffe in den Kopf halt setzen also, metaphorisch natürlich und, ja, Waffe in den Kopf wie sagt man das denn da gibt's doch im Deutschen gerade den auch etwas ich weiß es gerade nicht Don't joke like that Oh Und wenn ich mein Buch im Dezember Und wenn ich mein Buch im Dezember Don't joke like that Ah, okay Ich glaub der zweite Halbsatz war das, warum sie sich so meinte, er rede nicht so Also er sagte, wenn ich dir mein Buch dann jetzt im September zu Ende geschrieben hab, dann Punkt, Punkt, Punkt Weil er red nicht so Was auch immer das meint Paul war schuldig, aber er entstanden Es hat geholfen, dass ich ihm ein Bohn mit der künftige Idee Ich denke, es hat sich an seine kompetitiven Natur Er sagte, er sei nicht sicher, ob es funktionieren würde Aber ich wusste, dass er ein Sandbagging Er hat wahrscheinlich es als persönliche Herausforderung und hat Brackett, um die Idee zu sparen so schnell wie wir aufhören Ja, Paul war halt traurig, dass er da nicht hin konnte Zu dem, äh, zu der Lesung Aber, äh, ja, er fand es halt gut Dieses Quarterly ist halt so eine Art Fortsetzungsroman Äh, aber es war halt erstmal nur eine Idee Und ich glaube, das ist das, was er meinte mit dem, äh, A Gun to the Head Also, dass er sich halt Oh, die Lampe ist aus Dass er sich halt, ähm Deadlines setzen muss, um zu arbeiten Und das kennt man ja auch Weil wer arbeitet ohne Deadlines? Niemand Ganz blöd halt, ohne Deadlines würden die Pyramiden immer noch nicht fertig sein Ich war irgendwo gelesen, fand ich witzig Naja, mit diesem sehr schlechten Witz Sag ich danke fürs Zusehen Und man sieht sich in der nächsten Folge Tschüss Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020